Ja! Drei mal dürft ihr raten, wer es wieder geschafft hat. Ja. Äh, ich maß mal wieder geschafft. Ich bin wieder liegen geblieben. Es kommt ein Auto. Bitte könntest du mir в Standhilfe geben. Bitte das nur ein paar Sekunden, alter! Wein! Lasst einen hilflosen Typen hier in der Walachai, man! Ich gerade auch ganz entspannt mit dieser Kamera hier rausgefasst, deswegen habe ich auch jetzt hier Stativ und alles dabei. Ich dachte mir, yo, komm, es ist gerade hier fette Beleuchtung, die ist das. Kannst du das Video endlich über das Auto machen? Das ist ja schon lange in Planung. Ja, ich habe also Licht angemacht, alle Szenen abgefilmt und so weiter und so fort. Dacht mir nichts Böses, steig in das Auto rein. Ich weiß nicht, wie kalt ist es gerade hier, aber meine Hand fühle ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, mein Tattoo geht schon langsam ab. Ich glaube, es sind zwei Grad, ein Grad und der Wagen will nicht mehr angehen. Warum genau jetzt, Alter, warum? Es ist kein Arsch hier, außer ein paar Autos, die vorbeifahren und die einem eh nicht helfen. Eben stand hier schon einer, der hat sich hier mit seinem Wagen hingestellt und da dachte sich, yo, ich beobachte den einfach mal. Da wusste ich aber noch nicht, dass mein Auto nicht anspringt. Das ist mal wieder so ein Ding, das kann einfach nur wieder mir passieren. Der Corsa ist liegen geblieben, kaputt gegangen. Ey Leute, mit dem Corsa ist die Geschichte auch noch nicht vorbei. Ich habe ja meinen Corsa verkauft und den dafür gekauft. Die Geschichte mit dem Corsa ist noch nicht vorbei. Ich habe den für 1,2 gekauft. Der war kaputt. Ich habe den reparieren lassen. Da wird noch ein einzelnes Video darüber kommen. Das ist der Shit, Alter. Ich habe Kopfschmerzen des Todes. Ich habe vergessen zu essen. Zu Hause wartet mein Essen. Die Queen, ein warmes Zuhause. Und jetzt schille ich hier, der Wagen geht nicht an. Aber, Leute. Ich habe eine Powerbank, ja. Ich habe eine Powerbank, die das Auto wieder anmachen kann. Das ist das gute Stück. Das Ding kann das Auto wieder anmachen. Ihr glaubt es nicht. Das Ding ist leer. Das Ding ist leer. Ich kann mein Auto nicht anmachen. So gerass, Alter. Ich kann das nicht anmachen. Ich bin hier am Arsch der Welt. Junge, ich bin extra bis nach Ferien gefahren, weil hier diese Beleuchtungsdinger sind. Jetzt hänge ich hier fest. Fack nie, Alter. Es kommt ein Kollege vorbei. Nico, Grüße gehen raus an dich. Wir versuchen das mit Starthilfe. Ob das nicht funktioniert, dass der Wagen dann vielleicht über die Batterie wieder läuft. Weil ich weiß nicht mal, ob die Batterie kaputt ist, weißt du? Oder leer. Weil der klackert, der geht an. Aber der geht nicht an, an. So, dass ich damit fahren kann. Ich nehme euch einfach mal mit. Ich zeige euch auch mal das Licht. Guck mal hier. Hier, bei dieser Kulisse, mein Stativ, dachte ich mir, kann ich einen... Oh nein, das war mein Handy. Nein, wie viele Stürze. Aua. Das schöne Black Shark, Alter. Sieht das heftig aus. Ja, aber ich dachte mir, ich filme mein Auto hier ab. Das sieht mega geil aus. Ja, nein, ich habe die Felgen vergessen abzufilmen. Ich stelle das hier einfach mal auf Auto. Guck mal hier, wenn du hier reinkommst, wunderschön. Da nimmst du deinen Schlüssel. Guck mal. Ich kann mit meiner Bremse... ...kann ich das Licht steuern. Geil, oder? Jetzt pass mal auf. Party hart, Alter. Wenigstens gehen meine Bodenbeleuchtungslichter an, Mann. Das war's komplett. What the fuck? Okay. Ich muss pissen. Und ich will hier nicht pissen gehen. Das ist wieder so eine Sache. Die kann wieder nur mir passieren. Aber ich nehme das mit Humor. Ich meine, irgendwann früher oder später. Ey, ich habe auch... Ich habe nur fünf Minuten mit dem Licht angefilmt. Schon die Batterie für den Arsch. Komplett für den Arsch, Alter. Da kommt mein Retter, Alter. Guck mal hier, Profi-Werkzeug. Gieß da. Wie viel kann deine aufladen? Also, was für Autos kann das Ding? Das ist alles, was hier drin ist. Das hat geblinkt. Der Schlüssel ist schon drin, ne? Ja, komm schon! Ja, gewallt. Er dreht schon. Kleiner Wichse, Alter. Hast du bei dir den Turbo-Knopf auch... Das wird so ein geiles Video. Ich habe mir die ganze Zeit nur Scheiße gelabert. Ist das nicht auch so wie ich hier einen Turbo-Knopf drin an dem Ding? Ja! Geile Möhre. Also, warst doch die Batterie, ey. Nico hat jetzt sogar einen eigenen Channel. Lass dem Bruder mal ein Ehren-Abo da. Fuck! Jetzt kann ich damit fahren? Was habe ich gemacht? Stativ vergessen. Jetzt habe ich wieder zurückfahren. Geil. Ja, da vorne steht. So eine Scheiße. Watt eine View, Alter. Watt. Eine View. Damn, und der Mond, Alter. Der ist so groß. Watt ein Mond da hinten. No joke. Der ist echt fett, Alter. Guck mal hier. Batterieanzeige ist schon wieder erloschen. Jetzt gar nicht wieder zurückfahren. Da hat sich das irgendwie gelohnt, dass das Auto stehen geblieben ist. Sieht einfach so sick aus. Diese Kamera, ne? Man kann sogar erkennen, dass da hinten Bäume sind, Alter. Komm, wir testen mal, ob wir mit dem Baby hier drehen können. Ey, sogar ganz entspannt. Jetzt flackert hier das eine Licht. Ein bisschen komisch hier jetzt mit dem blauen Licht, aber ich kann das jetzt gerade nicht ändern. Alter. Manchmal müssen einen erst so gewisse Sachen passieren, dass man wieder den Wert von etwas zu schätzen weiß. Alter, ich habe übelstes Nasenbluten. Ja, bei der Situation her hat sich auch Nasenbluten. Scheiß, Alter. 又 ein bisschen stressfreer. Ich glaube, wir kommen zum Serenbluten. Bruno Gröfenben ist Aires, Ich bin in der Maschenzule. Und das ist sehr sicher點. Heute gab es ein und in jeder jacket.